Ich bin auch schon in der Tegel-Denüste. Nein, ich kenne deine Arme. Achso, ich bin gerade verschwunden. Ja, ich bin richtig durchgegangen. So, das nächste Lied, davon habt ihr heute wahrscheinlich eigentlich schon genug, aber da ich selbst den Anime auch liebe und meine Freunde den Anime auch lieben, habe ich mich dazu entschieden, das Lied zu singen. Der folgende Text ist nicht von mir, der Deutsche. Der Text ist von Jules von Betterwise. Das sind zwei sehr coole Mädchen, die sind auch auf YouTube. Und schaut da ruhig vorbei, die sind richtig genial. Und, ähm, es folgt halt von Providing und Er, E.G.U. Was? 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 Ah, dann muss ich irgendwas aus, aber ich glaube, ich bin eine Menge, die ich hier kenne. Ja? Ja. Ja. Das ist was. Oh, das ist doch schein. Oh, das ist genau. Du sagst ihn aus, nicht ganz allein, wir stehen hinter dir. Wir überwinden alle Mauern, die du um dich warst. Wir befreien dich auf der taurigen Tag an der Zeit. Du reagierst, ich bleibst, hast die gedauert, ich freu. Du schaust dich nicht raus, jetzt ruhig sein, dass ich dich brauche. Ich komm zu dir und du sagst, wo ich mich mit alles ändert, ich freu. Ich weiss, ich bleibst, ich bleibst, hast die gedauert, ich bleibst. Ich bleibst, ich bleibst, ich bleibst, ich bleibst, ich bleibst, ich bleibst. Wir machen Menschen am Ende, wir schlagen an dieser Schlacht. Du kennst du noch heute, du fühlst, ich bin für nie, ich bin die Namen, für die, die. Du, meine Nummer, das ist ein Schäufer. Ich bleibst, ich bleibst. Ich bleibst, ich bleibst, ich bleibst. Ja, ich bleibst, ich bleibst, ich bleibst. Ich bleibst, ich bleibst, ich bleibst. Ich bleibst, ich bleibst, ich bleibst. Ich bleibst, ich bleibst, ich bleibst, ich bleibst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann fühlt sich nie in den Tag, der Himmel kehrt sich auf. Ich bemerkst mich, die Wurme scheint mehr gut. Ich will recht mit meinem Glück. Was soll ich so tun, was soll ich so tun? Ich bin allein, kann gar nicht mehr heute sein. Ich bin doch nicht in den Tag, der Himmel kehrt sich auf. Ich bin mein Herz, du lebst. Wie wolltest du dich, ich bin nicht. Was soll ich so tun, was soll ich so tun? Du kommst mal zu Hause, der Schwer kommt nicht zurück. Und langsam frage ich mich, ob du dich echt nicht mehr liebst. Was soll ich so tun, was soll ich so tun? Und die Rufung, der beginnt, für mich zu froh, wie mich. Liebe Nacht, und deine Wind, der letzte Weg, du verheißt, der letzte Punkt. Der nächste, das nächste Lied ist das vorletzte, das, ähm, in dem Anime handelt es, der Anime handelt es halt um Dämonen und Menschen, die kämpfen gegen Dämonen. Geil. In dieser Anime, da gibt es auch einen, die auch eine Person ist, ein Junge, der hat einen Bruder, und der Junge ist der Sohn Sata. Blue Exorcist. Blue Exorcist. Ja, genau, aber nur Exorcist, oder Blue Exorcist. Und da sehe ich, dass die In My World, das ist der Text abermals von Schule. Bei dem Lied, äh, und da habe ich, ähm, selbst noch, ich kann das nicht, aber den Text nicht. Gerade werde ich jetzt, weil das im Spiel auch den Text gucken, was mir leidtut. Aber, ich wollte das nicht einfach machen, weil meine Freundin Akina mir extra für, ähm, Harmonien auch, äh, aufgenommen hat. Und das ist auch die Person, die jetzt im Hintergrund noch so ein bisschen herumverlacht. Nein, 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 Das war's. 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 Das war's.